Meine Kackmeise kommt hier nicht raus. Die Kackmeise. Ich hab's nicht geschafft, die hier rauszukriegen. Wie kann man denn so einen blöden Scheiß bauen? Ehrlich. Da ist sie wieder tot. Ich tue dir mal ein bisschen was von dem Salpeter hier rein. Du tust mir was von der Holzkohle hier rein. Ja, wieso, was? Du brauchst fünf? Ich dachte, du hast fünf. Ach ja, stimmt, ich hab ja. Nimm den Salpeter und sei ruhig. Ich sag ja schon nix mehr. Der Sturm ist losgebrochen. Die Vögel sind draußen. Jo. Hol doch mal einer die Vögel rein. Nee, ich bin froh, dass der draußen ist jetzt. Du fällst in einen tiefen Schlag. Jetzt schnarcht der auch noch. Scheiße. Erstmal was essen hier. Frühstück. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Sauerampfersuppe oder nehmen wir Knoblauch? Oh, Knoblauchpudding. Das gibt schöne Knutscherei. Mhm, geil. Eschi. Tschüss, tschüss.